Viele sagen, einen Kalender brauche ich nicht, für Termin habe ich doch mein Smartphone. Oder, einen Kalender brauche ich nicht, meine Termin habe ich doch im Kopf. Dabei ist die Terminplanung nur 5%, wenn überhaupt, dessen, was ein Kalender kann. 95% des Potenzials eines Terminplaners liegt in der Selbstführung. Die Kernfrage lautet, wie führe ich mich selbst? In meinem Kopf herrscht kreatives Chaos. Mein Trick besteht nun darin, mir selbst, also meinem kreativen Chaos, Fragen zu stellen. Wenn ich mir eine Frage stelle, bestimme ich und meine Gedanken versuchen, diese Fragen zu beantworten. Und hier kommt der Terminplaner ins Spiel. Ich stelle mir eine Reihe von Fragen und dokumentiere die Antworten in meinem Terminplaner. Der Terminplaner erinnert mich täglich an die 7 Fragen, mit denen ich mein Leben im Griff habe. So führe ich meine Gedanken und gestalte meinen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ich habe eine Liebe. Du bist so früh.